Hier ist unser erstes Video Newsletter. Noch nie gesehen? Darum erst recht herzuschauen. Wir nehmen heute das Projekt für die Wirtschaftsförderung des Kantons Solothurn unter die Lupe und zeigen euch die Solothurn auch dort das Beste. Doch zuerst zu unseren News. Für den Relaunch des Onlineshop von Fust durften wir zwei Imagefilme produzieren. Wir haben viele lernende Porträte für die Plattform deinberuf.ch produzieren. Für den SC Bern haben wir im ersten Jahr als offizieller Videopartner über 50 Reportagen umgesetzt. Bei strahlendem Sonnenschein haben wir über 28'000 Leute am Migros Event im Europapark begleiten. Zu guter Letzt freuen wir uns über unsere zwei neuen Teammitglieder David und Bernadette, die uns bereits kräftig unterstützen. Über die letzten paar Monate waren die Promotionsfilme, die wir für die Wirtschaftsförderung des Kantons Solothurn umsetzen durften, sicher ein Meilenstein gewesen. Wir waren während mehreren Wochen im Kanton unterwegs, haben mit Ansässigen und Unternehmern geredet und von ihnen erfahren, dass das Solothurn wirklich lebensfreudepour ist. Das ist recht heisi und uns hat es gefreut, dass ihr Teil dieses erflussenden Projektes sind. Apropos Projekte, wir haben eine neue Webseite. Klickt euch doch mal rein! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!